Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Sekunde für Sekunde verrinnt Ihre Lebenszeit. Die Sandohr soll symbolisieren, wie schnell unsere Lebenszeit verläuft. Glück und Zufriedenheit ist etwas, was viele Menschen tagtäglich in ihrem Leben verzweifelt suchen. Am Ende landen viele tatsächlich beim Trading, beim Börsenhandel. Aber bringt Börsenhandel und Trading tatsächlich Glück und Zufriedenheit? Darüber wollen wir in den nächsten 60 Minuten sprechen. Und dazu darf ich Sie aufs Herzlichste willkommen heißen. Ich bin Markus Gabel, CEO und Geschäftsführer bei DowHow Trading OG, Händler in der Vermögensverwaltung Bornstahl-Wirker-Partner und heiße Sie aufs Herzlichste willkommen zu diesem Vortrag. Wahrscheinlich schauen Sie jetzt ein bisschen verdutzt auf das Thema noch mal Glück und Zufriedenheit im Trading. Ja, bei IB Days hört man eigentlich eher was über das Trading, Indikatoren, Oszillatoren, alles Mögliche. Ich möchte heute über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Ich möchte heute mit Ihnen über das Leben sprechen. Was hat Trading mit Ihrem Leben zu tun? Was hat diese Sandohr mit Ihrem Leben zu tun? Meine Damen und Herren, das ist unheimlich wichtig. Weil Trading kann echtes Glück und Zufriedenheit in Ihr Leben bringen, aber Trading kann Ihr Leben auch von Grund auf zerstören. Sie müssen eine Entscheidung jetzt treffen. Die nächsten 60 Minuten werden Sekunde um Sekunde Ihrer Lebenszeit verrinnen. Sie treffen die Entscheidung, wie Sie mit dem, was Sie in den nächsten 60 Minuten hören, umgehen. Wenn Sie nach den 60 Minuten sagen, interessiert mich nicht, dann würde ich Ihnen jetzt empfehlen, wegzuschalten, weil Sie sonst Ihre Lebenszeit sinnlos vergeuden. Denn was ich Ihnen sagen möchte, muss dazu führen, dass Sie etwas ändern. Wenn Sie sich nicht ändern wollen, tun Sie sich selbst den Gefallen und schalten Sie weg. Es ist Verschwendung Ihrer Lebenszeit. Wenn Sie sich aber verändern möchten, weil Sie sagen, bisherhin hat es nicht geklappt, ich möchte was anderes machen, dann lassen Sie uns die Lebenszeit, die in den nächsten 60 Minuten verläuft, sinnvoll nutzen. Sinnvoll heißt, ich muss etwas ändern. Sinnvoll heißt, wenn Sie auf die Tafel und den Flipchart schauen wollen, hier stehen mehrere Zahlen. Beginnen wir mit den oberen drei. 90, 90, 90. Das sind nicht meine Körpermaße, weder in der Mitte noch unten noch sonst irgendwo. Nein. 90 Prozent aller Händler, aller privaten Trader, verlieren innerhalb von 90 Tagen 90 Prozent ihres Kapitals. Das sind statistische Erhebungen der Broker hier in Deutschland und eigentlich auch weltweit. 90 Prozent in 90 Tagen, 90 Prozent ihres Kapitals. Das ist Verschwendung von Lebenszeit, meine Damen und Herren. Daraus resultiert die nächste Zahl. 95 Prozent aller Händler und nicht nur privater Händler, sondern auch beruflicher Händler weltweit sind auf Dauer nicht erfolgreich. Nur 5 Prozent rund um den Erdball sind auf Dauer im Börsenhandel erfolgreich. Warum ist das so? Sind jetzt die 5 Prozent der Händler, die erfolgreich sind, intelligenter als die 95 Prozent? Nein, sind sie nicht. Das hat mit etwas ganz Einfachem zu tun, meine Damen und Herren. Das hat etwas mit uns Menschen zu tun. Bei den privaten Händlern ist es relativ simpel. Wir malen heute ein bisschen am Flipchart, malen nach Zahlen. Das ist relativ einfach. Das ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Wir kommen zum Trading, wie die Jungfrau zum Kind. Wahrscheinlich kommen sie zum Börsenhandel, weil sie mit dem, was sie jetzt haben, unzufrieden sind, weil es auf dem Sparbuch kein Geld mehr gibt, weil es keine Ahnung, weil sie mit ihrem Beruf vielleicht unzufrieden sind, weil sie einfach gerne etwas ändern möchten, weil sie etwas tun möchten. Und das Marketing im Börsenhandel verspricht uns ja schnelles Geld mit wenig Arbeit. Zu Hause sitzen, im Büro, ein bisschen Maus klicken und schon kann man Geld verdienen. Die meisten machen das auch so. Ich habe es auch früher so gemacht. 16 Jahre darf ich jetzt in diesem Spiel schon mitspielen und im Gegensatz zu früher bin ich inzwischen sehr bescheiden und demütig geworden und vor allem dankbar, dass ich das, was ich heute tun darf, gesund überlebt habe und auch heute noch tun darf. Aber was machen die meisten Menschen? Was habe auch ich früher gemacht? Nichts anderes wie alle anderen. Wir werden begeistert in den Börsenhandel hineingezogen. Wir geben unser Geld unserem Broker ohne irgendetwas zu wissen. Wir wissen über den Börsenhandel nichts, gar nichts. Wir wissen nur das, was uns das Marketing versprochen hat. Nämlich, dass man mit wenigen Mausklicks reich werden kann oder da einmal realistisch vielleicht sogar noch Geld verdienen können. Sowas passiert dann. Ganz, ganz schlimm ist es für diejenigen, die am Anfang gleich mal Gewinne machen. Ganz, ganz furchtbar. Warum? Ganz einfach, weil sie dann glauben, nach wenigen Gewinnen, es geht so einfach. Dann wird weitergemacht und weitergemacht. Aber man weiß eigentlich immer noch nichts, wie der Markt funktioniert. Aber irgendwann, es kommt der Tag, früher oder später kommt er, da verliert man Geld. So, mein Geld wird weniger und weniger und weniger. Und dann, wenn ich dann so die ersten 100 Euro, vielleicht 1000 Euro verloren habe, dann setzt unser Gehirn ein. Und dann sagt unser Gehirn, Moment mal, da stimmt was nicht. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal ein Webinar besuchen. Vielleicht sollte ich doch mal ein Buch lesen. Vielleicht sollte ich doch mal ein Seminar besuchen. Vielleicht sollte ich doch, vielleicht sollte ich doch, vielleicht sollte ich doch Wissen mir anhäufen, um zu wissen, was hier funktioniert. Das Problem ist nur, ich besuche ein Seminar, ich besuche ein Webinar, ich kaufe mir ein Buch, ich stöbere im Internet. Irgendwann bin ich am Ende des Internets angekommen, habe mitunter sehr, sehr viel Geld für Webinare, Bücher, was auch immer, Vorträge ausgegeben, ja, aber in der Konsequenz ist mein Geld immer weniger geworden. Ich probiere aus, ich probiere aus, ich probiere aus. Und leider ist es so, bei mir war es auch so, man probiert ja nicht über Jahre aus, man probiert ja ein System, wenige Wochen, vielleicht Tage, macht nach zwei, dreimal noch immer keinen Gewinn und dann wechsle ich das System. Warum ist das so? Weil unser Gehirn nicht für das Trading programmiert ist und unsere Lebenszeit rinnt ab. Sie rinnt ab, Sekunde für Sekunde um Sekunde. Weil wir nicht verstehen, dass unser Gehirn nicht für das Trading programmiert ist. Meine Damen und Herren, es ist doch ganz einfach. Wir sehen, im Leben werden wir so erzogen, dass wenn etwas nicht funktioniert, beenden wir etwas und machen etwas Neues. Oder wir schrauben so lange an dem System rum, bis es funktioniert. Das einfachste Beispiel, ein Kochrezept. Das mag beim ersten Mal vielleicht nicht so toll schmecken, dass man es unter ständigen Rühren in den Abguss schütten darf, aber irgendwann drehe ich dran rum und irgendwann schmeckt es und dann schmeckt es für immer so, weil ich weiß, es funktioniert. So sind wir programmiert. Und ich weiß auch, im normalen Leben, wenn etwas nicht funktioniert, dann beende ich es. So funktioniert der Börsenhandel aber leider nicht. Aber genau mit dieser Thematik und genau mit diesem Denken gehen wir an den Börsenhandel ran. Wir probieren etwas aus, es funktioniert nicht. Der Nächstes Nächste, es produziert ein bisschen, dann funktioniert es wieder nicht. Und so geht diese Spirale weiter. Und irgendwann, wenn ich fast alles erlebt habe, gelesen habe, geschaut habe, habe ich kein Geld mehr zum Traden. Diesen Turnaround, meine Damen und Herren, diesen Turnaround schaffen die meisten nicht. in dieser Spirale, meine Damen und Herren, kommen viele, viele Menschen, viele Händler mit allem. Es geht alles dem Ende entgegen. Und hier kommen wir als Menschen ins Spiel. Hier unser Thema, Glück und Zufriedenheit, fehlen hier, meine Damen und Herren, gänzlich. Denn was die meisten unterschätzen, was in dieser Abwärtsspirale, wenn wir probieren und Geld verlieren, die meisten machen das ja nicht am Demokonto, leider. Die meisten machen das ja gleich mal mit Echtgeldkonto. Wissen Sie, was das mit einem Menschen macht? Glück und Zufriedenheit sind hier so weit weg, wie die Sonne vom Mond. Weil sie darunter leiden, dass sie ihr Geld verlieren. Sie leiden darunter, dass sie sich selbst in Frage stellen. und ganz am Ende geht ihre Familie flöten. Weil irgendwann fragt sie ihre Partnerin oder ihr Partner, ja, wie läuft es denn mit deinem Trading? Und glauben Sie es mir, die Ausreden, die Ihnen dann einfallen, die würden Ihnen im normalen Leben nie einfallen. Der Markt ist schuld und so weiter und so fort. Aber irgendwann leidet auch ihr Selbstbewusstsein darunter, weil sie nicht erfolgreich sind. Darunter gehen die meisten Händler kaputt. Ich darf mit meiner Dao-Hau-Family, das sind ja momentan 82, ganz liebe Menschen, in diesem Thema arbeiten. Sehr erfolgreich, aber gemeinsam. Ich erlebe aber immer wieder, dass Menschen nicht hören oder Händler nicht hören wollen. Es ist schlimm genug, wenn eine Frau weint. Wenn wir Männer dran schuld sind, ist es noch viel, viel schlimmer. Aber wenn dich ein Mann anruft, Kunde von dir, und weint, Rotz und Wasser, weil ihn seine Frau gerade verlassen hat, weil er das nicht hingebracht hat, meine Damen und Herren, das ist Verschwendung von Lebenszeit. Und warum? Weil jemand nicht hören wollte. Ganz einfach. Meine Damen und Herren, Trading ist in der Lage, ihnen echtes Glück und Zufriedenheit im Leben zu bringen. Aber bei den meisten führt Trading dazu, dass sie am Ende alles verlieren. ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Ich bin 16 Jahre in diesem Business jetzt unterwegs. Meine Damen und Herren, 16 Jahre. Ich habe viel Zeit verschwendet. Ich hatte unfassbares Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen kennenzulernen. Die Lebenszeit ist aber weg. Und was mir mehr denn je durch den Börsenhandel bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass unser Leben nicht unendlich ist. Nicht unendlich ist. Unser Leben ist endlich. Die Nachrichten in den letzten Tagen zeigen es uns mehr denn je. Gestern, Florida, vier Millionen Menschen sind auf der Flucht von Naturgewalten, die nicht wissen, was sie vorfinden, wenn sie zurückkommen. Und was machen wir? Wir reden über grüne und rote Kerzen. Reden über Gewinne und Verluste. Unsere Lebenszeit läuft ab. Ich möchte Ihnen mit diesem Vortrag vor Augen führen, wie Börsenhandel tatsächlich und Trading insbesondere erfolgreich gestaltet werden kann. Aber meine Damen und Herren, nur wenn Sie das verstanden haben, nur wenn Sie verstanden haben, dass ich für den Börsenhandel, für Trading Wissen brauche und Wissen kostet Geld, richtiges Wissen kostet Geld, das heißt, Trading, meine Damen und Herren, Trading ist gleich ein Beruf. Für einen Beruf, den ich erlernen möchte, brauche ich die richtigen Tools, ich brauche eine Ausbildung und nicht zu vergessen, ich brauche Zeit, meine Damen und Herren, Zeit. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, die 60 Minuten, die jetzt vergehen, ist Zeit. Die Frage ist nur, wie gehen Sie damit um danach? Wollen Sie die richtigen Schlüsse draus ziehen oder wollen Sie weitermachen wie bisher auch? Die Entscheidung müssen Sie ganz alleine treffen. Wie kann man denn jetzt im Börsenhandel erfolgreich sein? Na, es ist relativ einfach, denn mit der Zeit, und das ist spannend, mit der Zeit, wenn ich das Wissen richtig anwende, geht die Kurve ja irgendwann wieder nach unten, lustigerweise. Und mein Kontostand geht nach oben. Woher kommt das? Heißt es, dass ich an Trading-technischer Alzheimer leide? Nein, natürlich nicht. aber ich weiß, wie ich das Wissen richtig anwende. Deshalb, meine Damen und Herren, bevor Sie Geld in den Markt geben, bevor Sie sich einen Broker suchen, bevor Sie sich auf dieses Spiel einlassen, ist Wissen notwendig. Es gibt im Trading, im Börsenhandel, meine Damen und Herren, keine Grundschule. Es gibt keine Hauptschule, es gibt kein Gymnasium, es gibt keinen Anfängermarkt, es gibt keinen Fortgeschrittenenmarkt, es gibt keinen Profimarkt, es gibt einen Markt. Einen. Wir sind hier in Frankfurt, in diesem einen Markt arbeiten sowohl die, die in den Türmen sitzen, als auch wir beide, die wir vor unserem Computer sitzen und versuchen, uns was rauszuschneiden. Das müssen wir mitnehmen. So, was ist nun die Möglichkeit, tatsächlich an der Börse Geld zu verdienen? Nun ist es ein großes Manko und ein großer Fehler, dass die meisten Menschen glauben, je komplizierter es etwas ist, desto erfolgreicher ist es. Auch da darf ich sie enttäuschen. Nur zu gerne, weil es nämlich nicht stimmt. Die meisten Gewinne an der Börse werden mit den einfachsten Handelssystemen gemacht. Und eines der einfachsten Handelssysteme, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Dow How Setup. Nein, das ist nichts Chinesisches zum Essen. Das ist ganz einfach, das richtige Know How zur Dow Theorie. Und die Dow Theorie, meine Damen und Herren, ist die Basis allen Börsenhandels. Alle Themen, über die die Referenten hier heute und in den nächsten fünf Tagen sprechen, resultieren aus der Dow Theorie heraus, die Charles Dow 1873 entdeckt hat. Er hat sie nicht erfunden. Er hat sie entdeckt. Das ist ein Unterschied. Das Rad wurde erfunden, die Dow Theorie als solches wurde entdeckt. Genauso wie Kolumbus 1592, glaube ich war es, Amerika entdeckt hat. Es war vorher schon da. Er hat es nur entdeckt. Und genauso die Dow Theorie. Die war vorher schon da. Aber Charles Dow hat sie als solches entdeckt. Und die absolute Basis des Börsenhandels besteht aus wenigen, ganz, ganz wenigen Punkten. Die beiden wichtigsten Punkten haben mit Ihnen und mit mir als Menschen zu tun. Sie bestehen nämlich aus Gier und Angst. Warum kaufen wir an der Börse? Warum verkaufen wir an der Börse? Weil wir entweder Gewinne erzielen wollen oder weil wir nichts mehr verlieren wollen. Und hier muss man wissen, meine Damen und Herren, dass Angst ist die ureigenste Emotion, die wir als Menschen haben. Die erste Emotion, die du verspürst, wenn du aus dem Mutterleib herauskommst und auf diesem Planeten aufschlägst, ist Angst. kalt, Hunger, Dorscht. Das erste, was du verspürst, ist Angst, Verlust, irgendwas fehlt. Aber die Angst ist nicht negativ. Die Angst verhindert zum Beispiel, dass wir als intelligente Lebewesen ohne Auto zu Fuß über die Autobahn laufen, weil wir wissen, es tut weh und es kann das Ende allen Lebens sein. Warum greifen Kinder auf eine heiße Herzplatte, obwohl man ihnen sagt, tu es nicht, weil sie diesen Bereich Angst noch nicht ausgeprägt haben. Angst kommt aufgrund von Erfahrungen. Wenn ich einmal auf die heiße Herzplatte gegriffen habe, weiß ich, dass es weh tut. Wenn ich einmal meinen Stop versetzt habe und ich verliere anstatt 1%, 2%, weiß ich beim nächsten Mal, es tut richtig weh. Aber im Trading, komischerweise im Börsenhandel, wird alles, was im normalen Leben ganz normal ist, außer Kraft gesetzt. Wenn ich weiß, ich greife auf die heiße Herzplatte und es tut weh, tue ich das in der Regel nicht mehr wieder. Aber die Angst hat eine Aufgabe. Die Angst hat die ursprüngliche Aufgabe, alles zu verhindern, was Schmerzen bereitet. Geld zu verlieren, vor allem an der Börse, tut weh. Schmerz. Die Angst will das verhindern. Also was tue ich? Ich setze meinen Stopp weiter weg. Dass ich kein Geld verliere. Angst und Gier ist das, was im Markt an der Basis funktioniert. Ja, jetzt weiß ich, wieder genügend zu Hause sitzen und sagen, ja, sind da Computer mit im Markt? Ja, das ist richtig. Wer hat die Computer programmiert? Menschen. Menschen, die von Angst und Gier getrieben werden. Die den Computer darauf programmiert haben, nach ihrem System, die aufgrund dieser beiden Emotionen agieren, etwas ausführen. Wozu führen Angst und Gier? Angst und Gier führen letztendlich dazu, dass es Angebot gibt im Markt. Jemand möchte kaufen, verkaufen, weil er eben eins der beiden Emotionen hat. Und es gibt Nachfrage. Ganz, ganz einfach. Ich habe auch nicht den heiligen Kral, meine Damen und Herren, den hat niemand. Aber das ist die Basis. Und wenn Sie das nicht verstanden haben, werden Sie mit keinem System dieser Welt erfolgreich werden, von denen es sehr, sehr viele gibt. Angebot und Nachfrage, meine Damen und Herren, ist das, was der Markt macht. Menschen programmierte Computer kaufen oder verkaufen an bestimmten Stellen im Markt. Also gibt es Punkte im Markt, an denen das Angebot überwiegt und es gibt Punkte im Markt, in denen die Nachfrage überwiegt. Das wiederum, meine Damen und Herren, führt letztendlich dazu, dass sich der Markt bewegt in eine bestimmte Richtung und wieder korrigiert. Bewegung und Korrektur. ist das, was im Markt abgeht. Und wissen Sie, wo das Ganze endet? In einem Trend. Jeder erfahrene Redner, jeder erfahrene Händler, hier in den IB Days, 2017 September, wird Ihnen sagen, dass der Beginn und der Alpha und Omega des Börsenhandels der Trend ist. Nicht mehr und nicht weniger. Meine Damen und Herren, viele Händler traden nach Fibonacci, nach Elliott-Wellen, nach Indikatoren, nach Oszillatoren. Aber warum funktionieren diese? Weil der Preis vorher da war. Wir streiten uns immer darum, was war zuerst die Henne oder das Ei? Die Antwort ist relativ glaubensabhängig, was ich halt glaube an den Schöpfer oder an die Evolution. Im Börsenhandel ist die Frage relativ einfach, was war zuerst da? Der Preis oder der Indikator oder Oszillator oder was auch immer? Was war zuerst da? Die Antwort ist so simpel wie einfach, der Preis. Alles andere kommt danach. Erst war der Preis. Wenn ich also das lesen kann, meine Damen und Herren, dann bin ich gut, haben wir bis jetzt kennengelernt, denke ich mal, ist verständlich. Wenn wir also jetzt wissen, wenn wir also jetzt wissen, dass der Markt in Bewegungen und Korrekturen arbeitet, dann geht das Ganze so, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Herr Charles Dau hat herausgefunden, die Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als ein Trendbruch. Das physikalische Gesetz der Bewegung ist immer eher, als das etwas bricht. Solange wir also höhere Hochpunkte und höhere Tiefpunkte haben, ist der Trend in Ordnung. So, Charles herausgefunden, dass die einfachste Möglichkeit in den Markt zu gehen, ist die sogenannte Akkumulationsphase. Dann, meine Damen und Herren, wenn die wenigsten in den Markt gehen, weil sie Angst haben, Angst, der Markt könnte noch weiter fallen, Angst. Aber im Markt gibt es immer ganz klare Anzeichen dafür, dass die Korrektur zu Ende ist. Ich werde Ihnen auch in diesem Vortrag noch den Beweis dafür liefern. Also, meine Damen und Herren, wo steige ich ein? Von da nach da. In einen Trend, nicht da oben, nein, da steigen wir nicht ein. Denn wir wissen nicht, wie weit diese Bewegung hier geht. Die kann mal länger sein, die kann mal kürzer sein, dann kommt die nächste Korrektur. Aber dieses Stück von da nach da ist die sicherste Art, Geld zu verdienen, in einem intakten Trend. Wenn Sie dann noch einen jungen Trend erwischen, nicht dann haben Sie eine Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, Gewinne zu machen. Thema Wahrscheinlichkeiten. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Nun, man hat es tatsächlich berechnen können, denn das ist ja die Basis des Börsenhandels. Und damit sind wir bei unserem Dow House Setup. Und das zeige ich Ihnen. Wenn wir also wissen, dass es einen Trend gibt, meine Damen vermeintlich zu Ende ist und sich der Kurs vermeintlich wieder meine Richtung begibt und trade genau bis zu diesem Michael Vogt hat es geschrieben Punkt 2 Sie können auch den Alpha Omega Braun Grün Blau dazu sagen ist vollkommen egal bis dorthin Meine Damen und Herren die Wahrscheinlichkeit statistisch erwiesen die Wahrscheinlichkeit dass wir aus der Korrektur zu diesem Hochpunkt rauf kommen mit einem Schlusskurs darüber zu einer Trendfortsetzung liegt bei sage und schreibe 67% 67% das ist deutlich mehr als 50 50 im Casino 67% und wie oft der Markt dann noch weiterläuft und ich noch mehr Gewinne machen das sehen sie in jedem Chart in jedem Chart Bild das Sie sich anschauen meine Damen 67% wer damit nicht erfolgreich wird der wird auch mit keinem anderen System erfolgreich werden ob jetzt der Kurs hier unten an einem Indikator an einem gleitenden Durchschnitt abprallt oder weil der RS im überkauften Zustand ist spielt gar keine Rolle das sind nachfolgende Informationen als erstes war der Kurs da und das kann ich lesen so die Frage meine Damen und Herren ist aber wiederum warum machen das so wenige warum schaffen es so wenige das mit zu machen oder einen Trend laufen zu lassen ganz einfach Angst und Gier wir wollen kein Geld mehr verlieren und in dem Moment wo der Kurs vielleicht hier ein bisschen hoch läuft und dann plötzlich wieder dreht und wieder runter kommt kriegen wir Angst wir gehen raus aus dem Markt und plötzlich dreht er wieder und geht doch in unsere Richtung und du guckst hinterher aber dafür gibt es einen Stop darunter Risiko Money Management anderes Thema anderes Seminar anderer Vortrag das meine Damen und Herren müssen wir verstanden haben und wenn sie das verstanden haben dann können sie Geld verdienen in den Märkten und Geld verdienen würde dann bedeuten Geld verdienen macht glücklich und Geld verdienen heißt zufrieden sein im Markt das ist das was funktioniert das ist das Know How Setup das richtige Know How zum Markt egal ob Aktien Forex oder was auch immer das ist das Einfachste was sie im Markt machen können ich zeige Ihnen jetzt in den verbleibenden Minuten was haben wir 17 29 haben noch eine halbe Stunde das passt ich zeige Ihnen jetzt im Anschluss gleich wie wir tatsächlich Geld verdienen können und das meine Damen und Herren nicht zu knapp und wissen Sie was am Ende steht am Ende nach den 60 Minuten haben Sie einen Plan Sie haben einen Plan in der Hand der Sie nicht mehr in die Abwärtsspirale führt sondern dafür sorgen kann dass Sie mit Trading glücklich und zufrieden sein können meine Damen und Herren nicht Ihr Leben hat sich nach Trading auszurichten das Trading muss in Ihr Leben integriert werden aber das geht nur wenn Sie das Richtige tun wenn Sie Ihre Suche nicht bald beenden Ihre Lebenszeit meine Damen und Herren verrinnt die Lebenszeit läuft ab wissen Sie wenn diese Sanduhr da oben leer ist kann ich eins machen ich kann sie umdrehen sie fängt von vorne an Ihre Lebenszeit Ihre Lebensuhr Ihre Lebens Sanduhr können Sie nicht umdrehen wenn das letzte Körnlein gefallen ist ist es zu Ende was soll auf Ihrem Grabstein drauf stehen rote und grüne Kerzen oder mein liebender Ehemann Ehefrau whatever die Entscheidung müssen Sie ganz alleine treffen lassen Sie uns zu dem Punkt kommen wie wir Geld verdienen können Geld verdienen tun wir am einfachsten total simpel im Forex Markt simpel wie noch etwas ich weiß viele haben vor dem Forex Markt einen halben Respekt hatte ich auch mal am Anfang inzwischen ist der Forex Markt der einfachste Markt den es gibt mein Kollege J-Meterow wird Ihnen das bestätigen können Forex Experte fundamental ausgerichtet der Forex Markt ist der einfachste Markt den es zu handeln gibt warum Aktien meine Damen und Herren handeln Sie lediglich von 9 Uhr bis 17 30 oder Amihandel von 15 30 bis 22 Uhr danach ist der Markt zu jeden Tag aufs Neue tragen Sie das Risiko eines Gap Sie wissen am Ende oder am nächsten Tag nicht ob nicht in der Nacht irgendwas passiert ist sodass der Kurs am nächsten Morgen irgendwo aufmacht wo Sie nicht wollten im Aktien Mark kriegen Sie auch nicht immer eine Ausführung dort wo Sie haben wollten wenn Sie einen nicht ganz so liquiden Wert haben Der Aktienmarkt ist zwar groß aber meine Damen und Herren viel viel kleiner als der Forex Markt im Forex Markt sind Devisen Currencies Euro US Dollar Euro britisches Pfund US Dollar japanischer Yen US Dollar Neuseeland Dollar Whatever das sind Currencies Eine Währung wird gegen die andere getauscht Meine Damen und Herren Jeden Tag 24 Stunden offen der Markt Von Sonntag Nacht 23 Uhr in Asien Australien bis USA Freitag Abend 22 Uhr 5 Tage 24 Stunden offen So gut wie kein Gap Risiko Es sei denn irgendwas Unvorhergesehenes passiert was sehr selten ist im Forex Markt Und jeden Tag jeden Tag werden 5 Billionen Dollar und das sind echte Billionen keine klassischen Milliarden 5 Billionen Dollar im Markt umgesetzt 5 Billionen Glauben Sie wirklich dass sich da jemand für unser 5000 Euro Konto interessiert oder für unser 100.000 Euro Konto Das ist vollkommen egal Wir kriegen immer eine Ausführung Immer Weil einfach wahnsinnig viel Geld da ist Wie verdient man Geld an der Börse im Forex Markt Wir nehmen als Beispiel den Kurs Euro US Dollar Der ist in den letzten Tagen Wochen massiv gestiegen Wir gehen mal davon aus Wir haben einen Kurs von 1 1950 Nach der Kommastelle gibt es 5 Stellen Da kommt noch eine da hinten Die fünfte Nachkommastelle in den meisten Währungspaaren ist der Tick Die vierte Nachkommastelle ist das sogenannte Pip Was heißt Pip Ich vergesse es immer deswegen schreibe ich mir es auf Pip ist der Abkürzung vom Price Interest Point So Das heißt der Kurs steht bei 1 1950 Den letzten lassen wir jetzt einfach mal weg Angenommen Sie spekulieren darauf dass der Euro fällt und der Euro fällt tatsächlich auf 1 1940 haben Sie wenn Sie in der richtigen Richtung unterwegs waren 10 Pips gewonnen 10 Pips Price Interest Point gewonnen 10 Pips ganz einfach wir rechnen den Forexmarkt nicht in Dollar nicht in Euro wir rechnen in Pips wir wollen Pips einfangen wir wollen sie uns catchen wir wollen sie haben wir wollen Pips kreieren also spekulieren wir darauf dass ein Währungspaar in die eine oder andere Richtung geht Achtung ich male es nochmal hin immer im Sinne unseres Trends und in keinem Markt dieser Welt laufen die Trends stabiler als in stabilen oder großen Währungspaaren 10 Pips so wie kann ich das jetzt rechnen nun ist auch ganz einfach in den Währungsmärkten gibt es drei verschiedene Lotgrößen es gibt ein Standard Lot das sind im Pi mal Daumen ungefähr 9,93 Euro sagen wir 10 Euro ungefähr pro Pip ein Pip 10 Euro ein sogenanntes Mini Lot Mini Lot sind 1 Euro und die kleinste zu handelnde Einheit ist der Mikro Lot und Mikro Lot hat 0,10 Euro Cent 10 Cent das heißt meine Damen und Herren im Forex Markt sind sie in der Lage mit einem kleinen Konto live mitzuhandeln 500 Euro um ein Standard Lot handeln zu können in Währungsmärkten wie Euro US Dollar britisch von Japan Yen Neuseeland Dollar US Dollar als Beispiel reicht eine Kontogröße von 2000 bis 3000 Euro aus um in einem normalen Trend ein Standard Lot handeln zu können ich denke soweit nachvollziehbar wenn also wir jetzt einen Trend haben wir haben einen Trend Sie werden sich noch erinnern wo steigen wir ein wir steigen nicht hier oben ein sondern wir steigen hier unten ein diese Strecke die wir mitnehmen ist die Strecke die wir haben wollen drei Fragen beschäftigen jeden Händler drei Fragen die erste Frage wohin geht der Markt Wohin geht der Markt haben wir geklärt in einem Trend Bewegung Korrektur führt zu einem Trend kannst du in jedem Markt sehen man muss den Blick dafür haben ist ganz einfach eigentlich wenn man Ausbildung hat und vielleicht sogar noch die richtigen Tools dazu hat die einem das anzeigen dann wird es natürlich noch leichter die zweite Frage heißt wo steige ich ein wo steige ich ein haben wir auch geklärt nicht hier oben nicht in der Bewegung wir suchen ja nicht Sicherheit hier oben wir wollen ja Geld verdienen nicht hier oben steigen wir ein in der Akkumulationsphase steigen wir der Markt zeigt uns rechtzeitig an wir müssen nur die Fußstapfen lesen können die das große Kapital hinterlässt wo steige ich ein in der Akkumulationsphase und die dritte Frage die die meisten Händler beschäftigen ganz ganz schlimm dritte Frage wo steige ich aus wo gehe ich wieder raus das ist die Frage und die gibt es zu klären denn auch das ist total einfach mein allererstes Ziel wenn ich in der Akkumulationsphase einsteige ist immer hier an meinem Punkt 2 dort ist mein allererstes Ziel wenn ich das erreicht habe bin ich in der Lage meinen Stopp schon mal mindestens auf einen Stand zu ziehen und dann kommt eine Frage die jetzt nicht hier steht die Frage lautet welche Erfahrung möchten Sie jetzt gerne machen möchten Sie mal die Erfahrung haben was es heißt 800 900 oder 1000 Pips im Markt zu verdienen dann dürfen Sie nicht mehr eingreifen Sie werden auch die Erfahrung machen dass Sie auf einen Stand ausgestoppt werden aber wenn Sie den Punkt 2 erreicht haben sind Sie safe können Sie schon gar kein Geld mehr verlieren und wir wissen die Wahrscheinlichkeiten liegen bei 67% und dass Sie kein Geld mehr verlieren erhöht sich dadurch wenn Sie den Stopp auf einen Stand ziehen gibt auch die Möglichkeit dass Sie sagen ich verkaufe hier die erste Teilposition und lasse den Rest einfach laufen und nehme das was es bei der Markt gibt Demut und Bescheidenheit meine Damen und Herren aus eigener Erfahrung kann ich sagen das machst richtig zufrieden in meiner Dowhow Family gibt es einige Händler die in den letzten Wochen im Kupfermarkt in Euro British Fund in Euro Schweizer Franken in Euro US Dollar bis zu 2000 Pips rausgeholt haben meine Damen und Herren 2000 Pips Point of Interest Price Interest Point 2000 Pips mit einem Standardlot haben wir gesehen sind ein Standardlot und round about 10 Euro meine Damen und Herren 2000 Pips heißt in der Summe mit einem Standardlot 20.000 Euro verdient nur weil man in der Akkumulationsphase eingestiegen ist und hat den Trend laufen lassen hat nicht eingegriffen womit hat es zu tun mit Ihnen und mit mir als Menschen welche Erfahrung möchte ich gerne machen Sie wollen Beweise ich zeige Ihnen gerne Beweise dazu wechseln wir jetzt einfach mal den Chart und ich habe da ein bisschen mal was vorbereitet ich hoffe der wechselt jetzt dann gleich durch wo ist meine Maus da oben ist meine Maus glaube ich zumindest oder na gut machen wir es da ich finde meine Maus nicht mehr na soviel zu dem Thema ok so jetzt kann es eventuell gehen ah jetzt so das ist der berühmte Vorführeffekt so Beispiel wir haben hier den Euro australischen Dollar ne dann können Sie glaube ich auch eventuell eingeblendet sehen genau super da sehen wir den auch so total spannend schauen Sie mal wie der Markt verläuft es ist sehr sehr simpel ja wir haben hier Euro australischen Dollar ja und was sehen wir hier zum einen natürlich hier einen Trend schauen Sie Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur Bewegung so und jetzt geht es in die andere Richtung Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur sehen Sie was der Markt macht er macht immer das gleiche Angebot und Nachfrage führen zu Bewegungen und Korrekturen im Markt im Forexmarkt sehr sehr stabil wenn ich jetzt Hilfsmittel habe die mir zeigen wann meine Akkumulationsphase kommt muss ich Geld ausgeben ich arbeite hier mit dem Agina Trader und meinem Dow-Hau-Paket das mir genau anzeigt wann ich einsteigen muss in den Markt mehr müssen Sie nicht tun denn irgendwann Sie müssen nur warten kriegen Sie dieses Signal wenn es eingeblendet wird ich das ist der Vorführeffekt jetzt natürlich irgendwann kommt dieses Signal ja wenn es gut läuft schau mal mach es nochmal kleiner es ist nämlich auf jeden Fall da der Vorführeffekt genau so wo habe ich das Teil hier ok der Markt läuft unser Internet ist nicht ganz so stark hier aber damit müssen wir leider leben so schauen wir nochmal was wir hinkriegen so sehen Sie da diese kleinen grünen Pfeile die haben mir genau das hier gezeigt der Markt kommt hier runter hier runter und hier wenn die grünen Pfeile kommen meine Damen und Herren heißt es einfach nur einsteigen mehr müssen Sie nicht tun Sie müssen nur warten bis Ihnen dieses Signal angezeigt wird und was passiert im Umkehrschluss ja wir kommen hier raus ja und jetzt lasse ich mir den Trend nochmal einblenden als Beispiel mach das mal raus hier so sehen Sie hier kommt dieses Signal und die Wahrscheinlichkeit dass wir zu unserem Hochpunkt drauf kommen von da nach da liegt bei 67% so wie viele Pips haben wir jetzt hier verdient wenn wir uns wenn wir das wenn wir da einsteigen weil hier kam ja unser Signal wir steigen hier ein wenn das erste Signal kommt wir wollen hier hoch zum Punkt 2 und schon haben wir 112 112 ja 112 Pips verdient 112 Pips das ist selbst mit einem Mini-Lot sind es 1000 Euro ja mit einem Standard-Lot können Sie es selber ausrechnen also merken wir uns ein Trade 112 Pips verdient schauen wir uns unser nächstes Währungspaar an Euro-Britischer Pfund ja hier genau das gleiche schauen wir uns genauer an sehen wir diesen Trend ich male es Ihnen von Hand ein Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur hier kommt unser Signal ich mache es Ihnen jetzt größer hier kommt unser Signal unser Dow-House-Signal in Trendrichtung wir setzen unseren Einstieg hier drüber unter die Kerze die das Signal bringt lassen uns nach oben einstoppen hier oben war unser Punkt 2 hier oben und was haben wir verdient wenn wir hier einsteigen mindestens hier oben wir gehen nun mal bis dahin nochmal 42 Pips meine Damen und Herren das ist mit einem Standard-Lot 420 Euro da muss jemand für den ganzen Monat dafür arbeiten wir machen genau zwei Mausklicks und wenn es noch höher geht haben wir sogar noch mehr verdient so jetzt haben wir 142 Pips und nochmal 42 Pips verdient mit zwei Trades und wie Sie am Chart immer wieder aufs Neue sehen können es ist einfach einfach nur simpel das System zeigt Ihnen das an hier oben schauen Sie lassen wir es uns nochmal einblenden zweite Chance im selben Währungspaar auch hier der Markt kommt in die Korrektur nachdem er sich bewegt hat in die Korrektur hier ist unsere Akkumulationsphase wir lassen uns wieder einstoppen unter über der Kerze hier nach oben hin und haben nochmal 24 Pips verdient nochmal so das war der dritte Trade gehen wir einen Trade weiter das war jetzt hier Euro-Britisches Pfund schauen wir Neuseeland US-Dollar auch dieses Währungspaar hier sehen Sie die roten Pfeile und was wir hier schon erkennen können ist dieser Trend ich male es Ihnen gerne von Hand ein Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur so setze ich das Spiel immer wieder fort Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur und hier kommt unser Signal nach bestimmten Vorgaben natürlich Akkumulationsphase und wir wollen wieder hier unten hin machen wir es uns größer damit wir es besser sehen können wir wollen hier unten hin da ist unser letzter Tiefpunkt aus der Akkumulation zu unserem Punkt 2 Wahrscheinlichkeit 67% hier oben kommt unser Signal hier lassen wir uns einsteigen einstoppen nach unten und nochmal haben wir 91 Pips verdient jetzt glaube ich liegen wir irgendwo bei 200, 250, 300 Pips irgendwas mit dem Mini-Lot mit einem Konto von vielleicht 1000 Euro haben Sie jetzt 3000 Euro verdient nur mit 4 entsprechenden Währungspaaren ich habe noch ein Beispiel für Sie falls Sie es mir nicht glauben Neuseeland-Dollar Kanada-Dollar es ist eigentlich egal wir gehen in einen Trend habe ich jetzt hier irgendwo ein Signal gehabt muss ich nochmal schauen kann auch sein dass es schon weg ist wurscht egal nehmen wir noch eins ich habe noch eins vorbereitet Euro-US-Dollar hier besonders schön zu sehen so Euro-US-Dollar ich glaube hier kann jeder wirklich jeder erkennen was hier mit dem Trend passiert ist er geht einfach nur Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur untergeordnet und übergeordnet ich kann in drei verschiedenen Trendgrößen arbeiten meine Damen und Herren wenn ich jetzt hier mein Signal nehme steige hier ein und möchte hier oben zu meinem Punkt 2 hin da oben war mein Punkt 2 da möchte ich hin hier kommt mein erstes Signal ich lasse mich wieder einstoppen über dieser Kerze Handel bis hier oben hin sind es nochmal 166 Pips jetzt sind wir schon bei fast 500 Pips die Chance kommt aber nochmal nämlich hier einen Tag paar Tage später Nachmittag 16 Uhr schauen Sie selbe Spielchen wieder ich lasse mich einstoppen über der Kerze die das Signal bringt nach oben hin Handel bis hier oben hin und habe nochmal 172 Pips mitgenommen jetzt sind wir irgendwo bei keine Ahnung 6700 Pips ich bin nicht so gut in Mathematik es ist wurscht aber ich glaube das kann jeder selber mitrechnen ja wir sind irgendwo jetzt bei 6700 Pips jetzt haben wir einige Trades gemacht meine Damen und Herren natürlich geht es nicht nur immer ins Plus natürlich nicht aber dafür meine Damen und Herren haben wir einen Stopp nämlich genau da drunter und damit haben wir auch ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis wenn wir in einer vernünftigen Kategorie in den Markt hineingehen und meine Damen und Herren jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter man kann das Ganze nämlich auch mit Hilfsmitteln machen ja wenn ich zum Beispiel Fibonacci anmelde oder anlege Entschuldigung ja dann weiß ich okay ich habe eine Korrektur von circa 50 bis 61 61% meine Damen und Herren ist laut Fibonacci die sogenannte goldene Mitte in den meisten Fällen Sie werden überrascht sein läuft jede Korrektur zwischen 38 und 61% zur goldenen Mitte hin warum Fibonacci ist Natur Menschen sind Natur und deshalb funktioniert es auch so was kann ich also machen ich steige ein wenn mein erstes Signal kommt und erweitere meine ganze Geschichte nach oben und sage 38 bis hoch hier irgendwo 27 oder 38 und sieht sie oben ein zweites Ziel in der Spekulation dass es nach oben hin auch erreicht wird meine Damen und Herren so funktioniert Börsenhandel so einfach kann es sein was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit 10 Minuten habe ich noch sehr gut sind wir gut dabei meine Damen und Herren einfacher lässt sich kein Geld verdienen ich beweise es Ihnen manche sind ja wirklich sehr 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 skeptisch dieses Dow-How-System meine Damen und Herren zeigt Ihnen ganz genau an wann Sie long und wann Sie short gehen müssen aber lustig oder es geht nicht immer auf nicht immer geht es auf meine Damen und Herren ganz einfach es gibt kein 100% Setup das gibt es nicht gäbe es ein System das nur Gewinne abwirft glauben Sie allen Ernstes es gäbe noch Börse es gibt so unfassbar schlaue Menschen so unfassbare intelligente Entwickler die im Börsenhandel Systeme entwickeln ohne Ende aber noch keines noch keines hat 100% Erfolgsquote warum nicht weil Angst und Gier nicht wirklich bis zum Ende berechenbar sind aber dieses System im Forex Markt ist eine Möglichkeit richtig angenehmes Geld zu verdienen aber meine Damen und Herren das hat was mit Ihnen und mit mir zu tun wenn wir hier wenn wir uns den Chart vielleicht nochmal anschauen können wenn wir nur diesen Signalen folgen die wir eingeblendet haben wenn wir nur diesen Signalen folgen können wir einmal zweimal oben short dreimal wieder long viermal short fünfmal long sechsmal siebenmal sieben Trades mit einer Wahrscheinlichkeit jedes Mal von 67% dass es aufgeht wir brauchen nur meine Damen und Herren wir brauchen nur mit dem Trend zu gehen und nicht dagegen wir brauchen nur mit dem Trend zu gehen aus der Akkumulationsphase in die Trendrichtung und das im Forex-Markt der 24 Stunden rund um die Uhr läuft sie haben brauchen keine Angst vor einem Gap-Risiko zu haben das wird sehr sehr selten passieren und sie können immer und immer wieder aufs neue Geld verdienen unsere Zeit läuft meine Damen und Herren dann warum verdienen so wenige Menschen Geld an der Börse weil sie sich über das keine Gedanken machen weil sie einfach nur glauben ich kann mitspielen in dem Markt aber meine Damen und Herren glauben Sie es mir das geht nicht zum Ende dieses Vortrages gebe ich Ihnen jetzt die Glücksformel mit einzigartig aber so simpel wie es nur geht die Glücksformel lautet spannend Erfolg macht glücklich sind Sie nicht glücklich wenn Sie erfolgreich sind sind Sie nicht zufrieden wenn Sie erfolgreich sind sind Sie nicht glücklich wenn Sie einen Trade ins Plus gebracht haben sind Sie nicht glücklich und zufrieden wenn Sie erfolgreich sind ich zeige Ihnen mein Ergebnis nur ein Abklatsch ja könnten wir jetzt über Jahre sprechen ich zeige Ihnen nur ein Abklatsch meiner Performance der letzten zwei Wochen inklusive meiner Family nein das war es nicht das war von gestern ist ja noch nicht zu Ende 18,23% für die letzten zwei Wochen nur meine Damen und Herren nur weil ich mit dem Trend mitgegangen bin meine Damen und Herren das ist Erfolg das macht glücklich und das macht sehr sehr zufrieden und wissen Sie was dieses zufriedene Gefühl auslöst dieses zufriedene Gefühl löst aus dass Sie mit Ihrer Familie anders umgehen dass Sie mit Ihrem Umfeld anders umgehen aber wenn Ihr Selbstbewusstsein im Eimer ist können Sie nicht mehr harmonisch mit Ihrem Umfeld agieren was machen Sie mit Ihrer Lebenszeit aber meine Damen und Herren nur wann kann ich erfolgreich sein wir reden ja von einer Glücksformel die besteht aus mehr indem ich entsprechende Erfahrungen mache Erfahrungen mache ich ja mit meinem Partner auch heißt ja nicht umsonst Lebensgefährtin kommt von Lebensgefahr muss ich Erfahrungen machen damit ja nur wenn ich genügend Erfahrungen gemacht habe kann ich erfolgreich sein aber wisst Ihr was Erfahrungen mache ich nicht von jetzt auf gleich mache ich nicht von einer Minute kann ich machen aber Trading Erfahrungen Börsenerfahrungen Ihr Lieben dafür ist Zeit notwendig Zeit die verrinnt Sekunde für Sekunde Ihres Lebens verrinnt Welche Erfahrungen möchten Sie gerne machen ich weiß ich muss wieder auf die andere Seite Mirko tut mir leid darauf meine Damen und Herren haben Sie nur bedingt Einfluss Entschuldigung darauf haben Sie nur bedingt Einfluss darauf haben Sie gar keinen Einfluss denn die Zeit verrinnt Sekunde für Sekunde die Zeit verrinnt aber wissen Sie was wissen Sie auf was Sie Einfluss haben und zwar zu 100% auf Ihr Setup 67% Trend auf das meine Damen und Herren haben Sie Einfluss aber wenn Sie Ihr Setup nach drei Tagen wieder wegschmeißen weil Sie Verluste gemacht haben können Sie keine Erfahrungen sammeln das schaffen Sie nicht mit kurzer Zeit Trading Erfolge kommen über Monate über Jahre und nur wenn Sie das akzeptieren dass dafür Zeit vergehen muss damit Sie Erfahrungen damit sammeln können nur dann kommt auch der Erfolg und damit kommt Glück und Zufriedenheit in Ihr Leben wenn Sie ständig am Setup unten rumdrehen und jedes Mal sagen nach drei Verlust Trails am Mist nehme ich das nächste vergeht zwar Zeit aber nicht zu Ihren Gunsten sie verläuft aber nicht zu Ihren Gunsten sondern Sie fangen immer wieder von vorne an immer wieder von vorne zurück auf los keine 4000 Euro einziehen nichts kaufen wieder von vorne anfangen und Ihre Lebenszeit ist weg wenn Ihre Lebensuhr zu Ende ist Sie können Sie nicht umdrehen die kann ich umdrehen Ihre Lebenszeit können Sie nicht umdrehen hören Sie auf nach dem Heiligen Graal zu suchen suchen Sie sich ein Setup das erfolgreich ist und dieses Dauhaus Setup ist nachweislich erfolgreich weil es in der Natur des Börsenhandels existiert basiert und besteht wenn Sie das durchziehen meine Damen und Herren vergeht Zeit zu Ihren Gunsten und fragen Sie meine Familienmitglieder in meiner Dau-Hau-Familie wie es ist das Gefühl zu haben 500 Pips 1000 Pips 2000 Pips über 3, 4, 5, 6 Wochen zu erarbeiten und plötzlich aus einem kleinen Konto langsam aber sicher wie es Mario so schön sagt ein großes Konto zu traden genau damit funktioniert es und wissen Sie was dann kommt Erfahrungen schöne Erfahrungen für das andere hat man den Stopp die Börse nimmt auch sie gibt nicht nur Erfahrungen und am Ende ihr Leben am Ende steht der Erfolg und Erfolg tja Erfolg ihr Leben macht glücklich Erfolg macht sehr sehr zufrieden und wenn Sie das mal genossen haben dieses Gefühl von Erfolg weil Sie sehen es funktioniert dann ist Ihre Zeit wertvoll und sinnvoll ausgekostet worden meine Damen und Herren die 60 Minuten sind fast um wie wollen Sie die 60 Minuten die jetzt in Ihrer Lebenszeit weggegangen sind verwenden ich kann Sie nur darum bitten treffen Sie die richtigen Entscheidungen tun Sie es jetzt besuchen Sie mich auf meiner Facebook Seite die Homepage funktioniert noch nicht noch ganz noch nicht ganz fertig ich freue mich drauf aber bitte bedenken Sie bei eines bei allen Ihren Entscheidungen Ihre Lebenszeit verrinnt Glück und Zufriedenheit müssen Sie sich erarbeiten vielen Dank vielen Dank für die Aufmerksamkeit Ihnen alles Liebe alles Gute bleiben Sie mir gewogen und denken Sie immer daran der Weg ist das Ziel für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit Vielen Dank.